Back to the Roots Hallo ihr Lieben, mein Englisch ist sicherlich... Aber es sagt, worum es geht, nämlich zurück zu den Anfängen. Also, wir werden uns heute mit einer mathematischen Anwendung von Vektoren beschäftigen und dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet, so dass ihr auch gleich wisst, worum es geht. Im Prinzip geht es um diese Übersicht. Ihr kennt das Haus der Vierecke, das Haus der Dreiecke und wir haben uns sehr lange damit beschäftigt, herauszufinden, was sind denn eigentlich die Eigenschaften von diesen besonderen Vierecken oder Rechtecken. Und wenn wir hier mal drauf schauen, dann sehen wir, dass es eigentlich immer um drei Eigenschaften geht, nämlich Parallelität, Länge von irgendwelchen Seiten und Winkel. Also rechtwinklig oder dann im Fall von dem Sehnenviereck hier ein ganz spezieller Winkel. Ihr seht, hier ist ein bisschen was ausgegraut, also Dinge, die ihr derzeit noch nicht lösen könnt, was einfach Thema der Klasse 12 ist. Aber insbesondere die Rechtwinkligkeit, da können wir in der Klasse 11 den Umweg über den Pythagoras gehen und dann kriegen wir das auch hin. Also ihr seht, worum es geht. Wir haben hier irgendwelche geometrischen Objekte gegeben und wir sollen am Ende nachweisen, das ist ein Rechteck, das ist ein Quadrat, das ist ein Trapez, das ist ein Rhombus und und und. Ich greife mir jetzt mal das Quadrat als Beispiel heraus und zeige, wie das Ganze funktioniert. Und der Rest ist, denke ich, selbst erklärend. Der Grund, warum ich mir das rausgreife, ist, damit ihr nochmal seht, wie das mit dem Pythagoras funktioniert. Unsere Situation. Wir haben hier ein mathematisches Objekt gegeben und wollen herausfinden, um welches Objekt es sich denn handelt. Wir haben ein paar Anhaltspunkte, die ich gleich erwähnen werde. Erstmal kommt die grundlegende Idee, die René Descartes hatte. Deshalb heißt das auch kartesisches Koordinatensystem. Und Idee besteht darin, im Hintergrund ein Koordinatensystem zu legen. Also sprich, in dem Fall mache ich es zweidimensional, die dritte Dimension, die Höhe, die fällt weg. Aber ich denke, es ist trotzdem klar, worum es geht, weil ich kann ja einfach auch zweidimensional arbeiten. Und dann kann ich eben hier Punkte einführen, die ich genau benennen kann. Ich habe hier zum Beispiel den Punkt A, der hat die Koordinaten 0, 0. Und der Punkt B hat die Koordinaten 4, 0. Das lege ich jetzt so fest. Dann gibt es noch den Punkt C, der die Koordinaten 4, 4 hat. Und der Punkt D, der die Koordinaten 0, 4 hat. Ihr seht schon, das Beispiel ist recht leicht, so dass man eigentlich auf einen Blick sieht, hey, das ist hier ein Quadrat. Aber ich will euch zeigen, wie der Nachweis funktioniert. So, beginnen wir mit den Längen der Seiten. Ich mache das jetzt mal exemplarisch für eine Seite. Ihr könnt das für alle vier Seiten machen. Ich denke, ihr glaubt mir dann, dass die anderen Seiten gleich lang sind. Also, ich möchte jetzt wissen, wie lang diese Seite ist und gegeben habe ich diese Punkte. Was muss ich machen? Natürlich zuerst erstmal den Vektor AB aufstellen und davon am Ende die Länge berechnen. Der Vektor AB, ich zeichne nochmal hier ein, das ist AB. Ich rechne Bände minus Anfang, also 4, 0, minus 0, 4, also jeweils die Ortsvektoren. Das heißt, am Ende komme ich auf den Vektor 4, 0. Also letztlich der Ortsvektor von B, weil A praktischerweise im Koordinatenursprung liegt. Davon möchte ich die Länge berechnen und wir haben uns ja angeschaut, wie das auch im zweidimensionalen Fall funktioniert, dass ich hier einfach die Koordinaten quadrieren kann. Da kommt 4 ins Quadrat raus und daraus die Wurzel, das ist wieder 4. Wenn nichts vorgegeben ist, schreibt ihr Längeinheiten hin, ansonsten müsst ihr das in Meter, Zentimeter oder Kilometer, was auch immer gefordert ist, umrechnen. Genau. Das habe ich jetzt für eine Seite gemacht und das müsste ich jetzt auch für BC, CD und AD nehmen. Das habe ich jetzt mal für euch gemacht und ihr seht, hier kommt überall vier Längeinheiten raus, von daher kann ich schon mal davon ausgehen, dass alle Seiten gleich lang sind. Dann könnte es aber immer noch eine Raute sein und ich muss quasi jetzt noch nachweisen, dass ich hier einen rechten Winkel habe. Wenn ich einmal einen rechten Winkel hier nachgewiesen habe, dann bedeutet das automatisch, dass gegenüberliegende Winkel auch ein rechter Winkel ist, weil ich ja schon gezeigt habe, dass alle vier Seiten gleich lang sind und in der Raute sind alle gegenüberliegenden Winkel gleich groß. Das würde bedeuten, mir fehlen noch 180 Grad für die beiden anderen Winkel, die ich wieder zu gleichen Teilen aufteilen muss und dann bleiben also auch wieder 90 Grad übrig. Das bedeutet, es reicht, wenn ich an einer Stelle den rechten Winkel nachweise. Man könnte das jetzt mit dem Skalarprodukt machen. Wenn ihr das gelernt habt, macht das auch so, aber es funktioniert auch mit Vektoren. Im Übrigen, dem aufmerksamen Beobachter wird sicherlich nicht entgangen sein, dass ich hier einmal die Reihenfolge aus Versehen vertauscht habe, aber da ich Summanden vertauschen kann, ist das immer noch richtig. Wir wissen jetzt AB ist vier Längeneinheiten und BC ist vier Längeneinheiten und das werde ich jetzt zum Nachweis für diese senkrechte Seite nutzen. Wie mache ich das jetzt? Ich nutze den Pythagoras, weil der Pythagoras sagt mir, wenn hier ein rechter Winkel ist, dann muss die Seite ins Quadrat plus die Seite ins Quadrat die Seite ins Quadrat geben. Die Umkehrung gilt auch. Das heißt, wenn ich für die Längen diesen Nachweis erbringe, weiß ich, dass hier ein rechter Winkel vorliegt. Das bedeutet, die Seitenlänge und die Seitenlänge habe ich schon. Das kann ich also dann gleich verwenden. Ich brauche noch die Länge von dieser Seite. Und auch hier kann ich wieder die Länge von AC ausrechnen. In dem Fall ist das wieder super einfach. Da kommt Wurzel 32 raus. Das kann ich jetzt als Dezimalbruch aufschreiben. Das muss ich aber nicht als Dezimalbruch aufschreiben. Und jetzt kann ich mit dem Pythagoras arbeiten. Ich weiß, dass die Längensquadrat und die Längensquadrat, also ich schreibe es mal hin. Ja, und das ist der Pythagoras. Da schreibe ich jetzt einfach die Längeneinheiten hin. Ja, und wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, 4 plus, also 4 mal 4 ist 16, plus 16. Hier kommen 32 Flächeneinheiten raus, weil Längeneinheit mal Längeneinheit ist eine Flächeneinheit. Und wenn ich 32 die Wurzel wieder quadriere, bin ich wieder bei 32 Längeneinheiten quadrieren, bin ich bei 32 Flächeneinheiten. Links und rechts steht dasselbe. Das bedeutet, ich kann nun Schlussfolgerung, dass es sich hier um ein Quadrat handelt. Es fehlt noch die zweite mathematische Anwendung, die wir mit Vektoren rechnen können. Auch einfach mal, dass ihr es gesehen habt, wieder relativ leicht. Das heißt, wir wissen jetzt, wie der Vektor aussieht. Um den wird es gleich gehen. Und ja, ich lösche erst mal ein bisschen was weg. Ihr seht, ich habe wieder mit einem Quadrat gearbeitet. Ich habe das diesmal ein bisschen im Koordinatensystem verschoben. Das heißt, wenn ich mir das Koordinatensystem anschaue oder einzeichne, dann wäre der Koordinatenursprung ungefähr hier unten. Das spielt aber gar keine große Rolle für die Aufgabe, die ich jetzt machen möchte. Es sollte nur klar sein, dass jetzt mein Punkt A nicht mehr im Koordinatenursprung liegt. Einfach damit die Aufgabe in Ticken interessanter wird. Und zwar, was möchte ich machen? Ich möchte eigentlich die diagonalen Schnittpunkte ausrechnen und ich weiß, da das ja auch eine Raute ist, beziehungsweise ein Quadrat, da ist es genauso, dass sich die diagonalen Schnittpunkte genau auf der Hälfte der Strecke einer Diagonale befinden. Das bedeutet, ich brauche den Vektor und davon die Hälfte. Das schreibe ich einfach mal so in meine Skizze rein, um diesen Punkt auszurechnen. Wenn ich jetzt allerdings nur den Vektor ausrechne hier, dann habe ich zwar den Vektor und die Länge, aber wenn ich sage, das sind meine Koordinaten, dann beginne ich ja beim Koordinatenursprung und würde hier bei einem anderen Punkt rauskommen. Also ganz wichtig, ich starte ja nicht vom Koordinatenursprung, sondern vom Punkt A. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Mittelpunkt ausrechnen möchte, dann bekomme ich den Ortsvektor. Wir rechnen ja mit Vektoren, nicht mit Punkten. Wir können es dann später wieder umrechnen, indem ich vom Punkt A aus starte und dann ein halb mal den Vektor AC langlaufe. Also genau die Hälfte der Strecke. Und das ist eigentlich schon die ganze Anwendung. Jetzt habe ich das, was ich weiß, ersetzt. Der Ortsvektor von A, da brauche ich einfach nur die Koordinaten abschreiben. Wie auf den Vektor AC kommt, solltet ihr mittlerweile wissen. Es ist derselbe Vektor wie vorhin, weil ich dieses Quadrat einfach nur verschoben habe. Spielt aber keine Rolle. Und wenn ich das jetzt ausrechne, komme ich auf 3 und 4. Ja, und das sind die Koordinaten von den Punkten. Und das ist wie gesagt die zweite Stärke der Vektorrechnung. Wenn ich weiß, wo die Punkte liegen oder wie die Verhältnisse sind, kann ich die relativ schnell ausrechnen, wo die liegen, beziehungsweise dann auch hier mal eine Entfernung ausrechnen und so weiter, ohne dass ich jetzt groß mit Pythagoras oder ähnlichen Dingen arbeiten muss. Genau. Und das war's schon. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.